wunderschönen guten morgen oder hallo zum video und herzlich willkommen zum fma dieses mal heute ist es ein bisschen überraschungs fma weil ich verrate noch nicht was wir machen ja wir fahren jetzt dann mit einem kleinen käfer richtung trauenstein und ich hole die anderen alle ab und dann sagt es klar was wir machen und dann machen wir uns endlich mal auf dem weg nach trauenstein weil die liebe vanessa so ewig lang ich bin aufgewacht ich bin da aber langweilig bin jetzt rutschung gekommen ja ich mache immer im schlafanzug auf das tut man schaust mich an wie es als alien ja nur ich habe schon wieder auf die schlau ja mal gucken warum haben wir hier oder ja hallo so becky wir fahren los hallo hi wie war es zu becky keine ahnung So, wir haben uns die Becci abgeholt. Wir haben uns die Becci abgeholt. Aber egal. Die Mädchen sind dabei. Wir sehen ihn natürlich wieder in die Kamera. Jetzt auch so. Anschlag. Das ist mein Spiel. Tja. Ich bin überhaupt kein guter Spieler. Wir kommen da eigentlich schon vor. Ich bin früher gut gespielt, aber jetzt mit einer besseren Woche. Ja, voll. Wir haben eine bessere Storzkonkurrenze. Sehr gut! Langsamer! Achso. Wie springt das? Scheiße. Hämmer. 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 Welch ein Wunder. Hämmer. 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 So, wir werden jetzt Okimei. Akiya, Marie und auch viele Malen zu. Hey, wie heißt die Frau? X-Gol. Hey, Gini, die ist saugeilig. Ich hab's schon. Wie piepst du jetzt. Hey, darf ich deine Nummernschule filmen, oder nicht? Wir werden jetzt nicht. Das ist ja nicht so, ich weiß nicht so. Okay. Okay. Das ist Deins, oder? Nein, 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 das ist Deins, oder? Ich nehme die Softbox. Entschuldigung, aber nehmen wir. Entschuldige. Entschuldige. Das ist auch so gut. Ist ja tief, ist ein bisschen staubig. Das ist halt was die Zeugel. Nee, gut. Softbox? Ja. Wie ist es da? Haben wir jetzt eigentlich zwei oder eine? Zwei. Ah, gut. Sollen wir uns dringend mit reinnehmen, oder? Ja, nehmen wir mal ein bisschen. Ja, nehmen wir mal ein bisschen. Ja, aber für irgendwen ein Spätsche dabei. Wo ist die Kamera? Ich hab mal ein Bulldog. Oder sie ist ja bei uns. Da war klar, dass die Becci wieder irgendwas cool aus hat. Ja, Becci immer cool war. Ja, ja. Wir haben Softboxen aufgebaut. Die Verletzung hat diese aufgebaut und ich hab diese schiefe aufgebaut. Dann gehen wir mal den Ausreiber für die Softbox her. Ja, warte Sir. Tim. Danke, Tim. Genau. Wir haben uns da jetzt bereit gemacht. Die Medi hat einen Felillator dabei für einen Special-Effekt. Ja, mir ist sowas. Also wir testen jetzt dann gleich die Lichtverhältnisse wie die Susanne. Wo wir unsere Softboxen haben. Drei, ich frage mich gleich mal die Softbox herzieren müssen. Ja, ich geh mit. Also mal ganz kurz. Die Ginny hat die auspackt und gleich abgeschmissen. Und jetzt ist die schief. Du musst nicht stören. Ja. Du musst nicht stören. Machen wir schon die Lichtverhältnisse. Und bitte. Okay, warte. Also wir testen jetzt die Einstellungen mit der Kamera. Nein, das ist so professionell. Ja, weil wir heißen. Du hast richtig schön für mich. Also ich werde Kontakt links nicht tun und so. Aber jetzt fangen wir links-rechts zu mir. Ja, ich geh mit. Die Daumen ist so groß. Ja, da. Oh, Kabel, Kabel. Wir teilen das Ketten. Oh, das ist okay. Also in dieser Kamera schaut es gut aus. Ganz gute Qualität. Oh, perfekt. Das ist wie in so einer Hartz-IV-NTL-Serie. Da passt nicht mehr. Was wir tusten? Ich hab's halt anders in. Aber cool. Ich fahre mit dem Scheitel an. Die da unten, da oben mit Schwarz. Danke. Ich habe eher zwei. Ja, genau. Das war jetzt cool. Ich hatte doit mit dem Scheitel an, Das war's für heute. Oh, der Buddy hat doch auch mal so geile Fügel gehabt, gell? Gärten! Da ist übrigens der Springstock. Ich weiß, die Gini hat einen Pferdekopf. Der kostet... keine Ahnung. Fünffünfte, gell? Ach so, ich bin Arsch fertig. Und ich seh' gerade endlich nach. Es geht jetzt ewig lang. Wir waren ins Grafen bei McDonalds. Und jetzt fahren wir gerade zum See nach Hause. In den See hupfen. Und Videos schneiden. Ja. Jetzt sagt's hier was. Wir haben große Ausbeute gemacht. Genau. Und wir waren heute von elf bis um drei beim Videodräger. Wir sind halt echt dranbleiben. Ganz fleißig. Wir sind jetzt echt noch gut. Es läuft gleich ein. Ja. 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 Ich bin jetzt nicht so gut. Ja. Ja. F***, ich bin jetzt ein Scheiben, Alter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017